ich gehe hier durch kommst du okay ich weiß auch nicht was ich erwähnt aber auch egal ich habe schon wieder um boah alter ich habe mich erschrocken opa ist der opa ok ich muss das nehmen boah er ist ein Idiot ne wo geht der was ach man ey das gibt es doch nicht was ist das denn hier bitte alter ist das übertrieben ne das erinnert mich an etwas an seinem fluss befindet sich ein altar ich bin 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 Ja, ein Schlag war tot, ne? Klar. Warum nicht? Nein, sag... Ey, das ist doch schwachsinnig, ey. Jetzt bin ich wie in der Mitte. Ey, was ist das denn bitte für eine Scheiß-Sitzung? Die... Blablabla... 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 Wolablabla... Boah! Was ist das für eine Gegend, ey? Ich schwöre, die ist so hart! Woll, was? Ich werd ich drauf und tränke. Vielleicht hat die alle da was. bestimmt die nur alkohol ja klar kommen jetzt braucht man auch hier folgen was ihr werdet alt großväterchen dieser ob es scheint uralt zu sein leider kann ich diese ohne nicht lesen hier kommt auf jeden fall keine rein es geht doch nichts über fleisch ist auch so ein stein kommt da auch keiner rein wir werdet alt großväter hier äh was ist denn das denn bitte wie jetzt kaltchen ins labor reputieren genug ist reicht genug ist reicht hä ja die stehen einfach bei dem nein nein hilfe ja ich bin noch der einzigste der es machen kann klar was ist das was was hast du voll hä wir werden alt großväter Die ist übertrieben, Alter. Die ist übertrieben, Alter. Die ist übertrieben, Alter. Alter, wo kommen die ganzen Viecher her? Kann man das eigentlich mal sagen? Ist ja nicht übertrieben, ne? Nee. Braucht gar nicht. Man, es macht doch den Schwachkopf! Was ist das denn für ein Scheiß? Ohohohoho. Schnauze! Wenn die Zeit reif ist, werden Fische die Narren verschlingen. Die... Und B-Plast. Also gut. Nur Narren verspotten die Wassergötter und leben in den Trockenlanden. Ich hab nichts, kein Bock mehr. Das ist mega schwer. Das ist mega schwer, hier zu überleben in diesem beschissen Kackort. Ich hab schon wieder Hunger. Die Schnauze. Einfach unnötig, wa? Wir sind überhaupt keine, die helfen können. Wir sind überhaupt keine, die helfen können. Jetzt kommt die andere Pflanze. Was ist denn jetzt wieder los? Was ist? Ja. Manchmal frage ich den Opa auch, äh, was ist das für ein Idiot? So, muss das 90 Stunden warten da? Selber schuld. Alter, warum ist das so gelblich? Ist ja widerlich. Genug. Schreit. Wer trifft mich von da? Ja klar, hinterm Stein. Da wird sich wohl verarschen. Das kann ich jetzt um eine Stunde halten. Ich bin unnötig. Okay. Endlich, was ist das nicht für ein heftiges Ski? Das kleine bisschen noch ein, dass wir hier keinen Safe Cut machen können, irgendwo kann ich doch Speichern Was geht mal in diese blöden Höhe rein? Welche Quest habe ich überhaupt aktiviert? Ich habe da... oh egal... Wölfe! Testen wir alles aus, wie ist es damit? Boah! Alter... Kann ich auch mal... Warte wie vor ungefähr... Hey! Okay... Okay... Untertitelung des ZDF, 2020 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 HELPF80, 2021 outtatitelung des ZDF, 2020 développementまでに有機革の 설 الف、 2020 Was ist das? Da hinten Ah, okay Zauber